ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von lost in random der dennis spielt das wie ihr ja in der letzten folge gesehen habt sind wir in diese komische maschine da eingesogen worden nachdem wir dicey retten wollten der ja eigentlich festhalten wollten aber nun sind wir hier und wenn es mal wenig weitermachen und schauen wohin uns das ganze hier so treibt und ja ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen folge so ich weiß nicht was das zu sagen hat lassen uns lieber erstmal in ruhe gehen einfach mal weiter denn was wird hier wohl passieren so ein klein moment muss man eben den sound etwas reduzieren hier von dem spiel so da könnt ihr meinen kommentar auch besser verstehen also ich habe keine ahnung wo ich hier wo ich landen muss aber ich laufe einfach mal vor und schau was passiert oh oh was hat das zu sagen laufen wir einfach mal weiter also im moment bin ich ein bisschen überfragt hier aber schauen wir einfach mal so dann schauen wir mal okay look at the dirty trash cyclops shut up shut up shut up shut up what is going on here what is going on here the other kids they they said i was a filthy one-er she is she's not a sixer like us oh ho 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 the dice doesn't lie children you yeah but she was just lucky she's a one-er you can smell it on her oh you think you're smarter than the black dice oh i mean no i just oh so now you're saying she is a sixer after all so you lied to me either way oh i mean lying should be punished odd don't you agree you don't have to i was just now now there's no already right you yes yes how are you weitergeht. So, wie immer eine lange Ladezeit, aber naja. Wanda, los geht's für dich. Ich bin kein Lade. Gut, das stimmt. Was ist das? Eine Lunchbox? Eine lebende Lunchbox? Monster! Ich werde die Meier schlagen! Das Tor der Zwei. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal unseren Würfel auf einen Buckel und dann gehen wir ein paar Mal weiter. Soll es bei mir drauf bleiben? Ach, willst du nicht? Okay. Ih, Ratten. Da ist der komische Geist schon wieder. Ah ja, das ist gut, dass sie positiv sind. So. Deren Sprache verstehe ich nicht, aber Gott sei Dank gibt es ja... Gibt es ja Übersetzung. Die kann man wohl nicht abschießen. Ah egal, machen wir weiter. Die kann man wohl nicht abschießen. Die kann man wohl nicht abschießen. Was ist das denn für ein Vogel? 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 Was ist das 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 für ein Vogel? Händlerstraße, Händlerstraße und Zweistadtplatz. Ich habe noch nie gehört. Schauen wir mal wohin uns das Ganze führt. Was ist das denn für ein Vogel, dem kann ich nichts machen, aber da kann ich schießen. Hier entlang, dort entlang. Was ist das denn? Du hast mich gehört. Wir haben hier genug Probleme, ohne die Wurzeln über die Stadt über die Stadt. Du bist! Ich habe dich in der Dicegarde gesehen. Du ein wenig verändert hast. Das sagt uns, du bist aus der Stadt. Ich denke, du bist ein Wuner. Und du gehst nicht. So, gehen wir mal hier entlang. Oder ist das jetzt dort entlang? Ach egal. Danke, Dicey. Wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Los! Da ist der Geist. Also gehen wir mit ihm immer hinterher. Moment mal, so wie die Karten, die ich sammle? Ich bin definitiv an Karten interessiert. Natürlich! Du weißt, ich habe oft gehört, dass Leben wie Karten sind. Es ist nicht nur die Karten, die du hast, sondern wie du sie spielst. Ja? 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 Ja, hör' ich hör' ich. Sind du ein Bello Kartenordner... ... Belohnung! Kartenordner! Dein persönlicher Kartenordner. Benutze ihn regelmäßig, um deine Stapel zu modifizieren und neue Kombinationen auszuprobieren. Sehr schön! Jetzt hast du Zugang zum Kartenordner. Da drücke, um ihn zu öffnen. Wunderschön! Das ist der Kartenordner. Hier kannst du deinen Kartenstapel betrachten und bearbeiten. Bewege den Cursor über eine Karte deines Stapels oder Inventars, um eine Kartenbeschreibung mit folgenden Elementen einzublenden. Titel, Effektbeschreibung und Kartentyp. Es gibt fünf Kartentypen. Waffe, Schaden, Abwehr, Risiko und Joker. Das ist dein Inventar. Aber hier findest du die Karten, die derzeit nicht in deinem Stapel sind. Das ist dein Stapel. Hier siehst du alle Karten, die du mit in den Kampf nimmst. Wenn weniger als 15 Karten in deinem Stapel sind, wird er automatisch mit Karten aus deinem Inventar aufgefüllt. Du besitzt im Augenblick weniger als 15 Karten, aber sobald du 16 oder mehr Karten hast, kannst du deinen Stapel beliebig anpassen. Bist du bereit, drücke erneut, um den Kartenordner zu verlassen. So. Stapel für vollständig. So. 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 Oh. So. So. So, so. Zwei Stadtplatz, Endlerstraße, Zwei Bahnstraße. Komme ich da jetzt durch? Hm, in der Nähe hat jemand einen Schlüssel, der vielleicht? Die Außen-Innenstadt. Naja, einen Schlüssel habe ich immer noch nicht. Schauen wir mal weiter. Was die Queen's Royal Robot Guards? Sie hat zu denken fast. Sie hat zu rollen die Dice. Sie hat zu bekommen. So... Jetzt los. Oh, weil sie sich verbisst. Der Schwert ist weg. So, Lebenselixier. Schwert. Oh, super. Oh. 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 aus augen verloren habt ihr den gesehen oder hingegangen ist da hinten in der straße zweistat platz die außen ist innenstadt was für namen und normal was im himmels verhindert das wieder zu sagen behold the door to three town alas the door was sealed shut and only a roll of a three you would open it but even's friend was one dot short he could only roll a one and a two and even would have to find a way to upgrade strange what's up with these little guys i wonder if they can fix ich habe wie ach ich wusste es es gibt halt nichts umsonst erreiche das ende du steckst in einem riesigen brettspiel fest dies ist eine besondere form von begegnung bei der du eine aufgabe abschließen musst um zu gewinnen das ziel dieses brettspiels ist simpel rücke mit der spielfigur bis auf das letzte feld vor die spielfigur spielfigur rückt die augenzahl vor die du mit da ist sie gewürfelt hast zum beispiel die zeit wieder frei gibst landet die spielfigur auf diesem feld erscheint eine verlangsamung verlangsamungsblase verlangsamungsblase nichts anderes ok gegner oder geschosse im inneren der blase werden verlangsamt landet die spielfigur hier fliegt ein schatz vogel über die arena schieße auf ihn damit er seinen schatz ab wie tipp ist hier ein kampf zu anspruchsvoll ändere die kampfschwierigkeit im menü warum denn immer ich siehend ist doch da sie was affecting der giant board game A thummel that slows time up here! … … … … … … … … … Jo! Ae! Jetzt habe ich aber die Faxen dick hier. Ah. Jetzt wird es aber zu bunt hier. Wargen? Oh Mann, ey. Das ist nicht einfach. Was heißt das jetzt? Schlecht oder gut? Wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewegt sie sich zum einen weiteren Spielfeld, ziehe dann eine neue Karte. Ich habe anscheinend gewonnen, das ist sehr gut. A DICE! 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 Das ist immer wieder, um die Dice zu verabschieden. Das ist ein Schuss, um die Dice zu verabschieden. Du musst eine 3 auf den Weg geben. Und, wenn niemand mehr Dice hat, dann bleibt es die Dice. Aber dein Freund ist so nah, zu 3! Ich könnte dich, aber... Aber ich kann nicht. Nicht, wenn ich meine Missing Eyes zurückkehren. Oh, if only a brave dice-wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my... Absolutely! I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. What a nightmare. Ha ha ha! Oh, that's a good one! Listen, even if things were that easy, do you think we'd... Heck no! We'd all be in Sixth Town, living the high life, relaxing by... by... whatever it is that Sixth Towners relax by. A pool of gold, probably. Especially not since that nanny has given my eyes to that... So, yeah, find my... So, you'll help out old Seymour? Thank you! Be careful with that two-faced mayor! Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to freedom! Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense... So... So... Unser nächster Auftrag lautet, bringe die Augen zurück, trifft den Bürgermeister. Und, ähm... Ich würde sagen, das machen wir dann in einem neuen Video. Ähm... Wo ich jetzt hier noch... Hier geht's noch weiter, aber ich weiß im Moment auch gar nicht wohin. Ähm... Da komme ich her. Und laufen wir mal hier lang. Und, ähm... Das wird dann wohl der Bürgermeister sein, oder? Ein wenig groß. Und, ähm... Der hört wohl schlecht. Wieso soll ich denn da hochkommen? Oh, man. So, nehmen wir das noch kurz mit. Hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. How best to exp... I had a lot on my mind about this upside downtown project. I've... Oh. Right. We'd better keep our voices down. I'm sure you notice the changes here even. Our personality's becoming personified. That's what Roy-am is. He's growing out of my hat. I don't know how to fix this town even. And I don't know why I'm telling you. In any case, what brings you to the... What's that little girl? You want to know how our first-past-the-post-democratic system works? Why? Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. What? Oh. I never thought of that. Anyway, Roy-am is my opposite side. He's much more... Self-assured than I... Well, for starters, he's my... No, I'm afraid not. You're the first tourist we've had in quite some time. Oh, good. As mayor... I'm... I'm afraid not even. Despite my title, I... Well, if you dared, you could try talking to Roy-am directly. Hat der nicht was von runter gesagt? Greetings, my name is Roy-am. And I... I was about to say that. That's my rhyme. You're very rude to point out my... Stop interrupting me. I almost have it. Ah! Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than a sm... You call that a... You have met but an idiotic fool. Ah, die laberei. Look what do you... Why should I deal with you? I am the designer. You want your friend's eyes back. Good. There's something there, you see? My... I am struggling with my poem about the moon. And I'd like to have it done really. Ah, yes. Yes, that's precisely in a nice manner. Here's my offer. Take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon, and I'll grant you see... Ah, you are good. Yes, that's the deal we have struck. I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. Parallel to... Farewell, young stranger and the... Coot. I was about... It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. So, aber das werden wir dann endkültig eben. Build, build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city, that's way up at a significant height. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was soll ich denn damit? Was soll ich das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das würde sein Volltreffer. Ja sicher. Natürlich. Natürlich. Aber langsam die Schnauze voll hier. Das war's für heute. 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 Okay. Da kommen wir immer mehr. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich bin jetzt hier weg aus der Kampf-Arena. Okay. Endlich. 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 Entschuldigung! Ich bin immer wieder auf diese... Die Maschinen. Ja, du bist für mich jetzt. Big Red und Big Even. Was bringt dich hier zu diesem... ...hörrige Ort, Big Even? Ich bin Angst, ich kann nicht mit dem... Aber ich habe hier ein Leben. Ein ganzes Leben, aber es ist mir. Und jetzt, dass ich wieder frei bin, ich denke, ich gehe zurück nach 2-Town. Ich habe diese... Oh, du erinnerst. Ich habe das Gefühl, dass ich hier rausgebracht habe. Er hat einen Artikel gemacht. Ich habe einen Artikel gemacht. Joe hat mich verletzt. Oh, ich war sicher. Und ich weiß, was er hat er getan hat. Und ich weiß, dass er das kennt. Ich will nur nach Hause. Und jetzt kann ich das. Danke. Oh, bitte, mach das. Das ist mein... So. Ich konfrontiere Little Joe. Aber das werden wir jetzt, wie gesagt... ...aber endgültig in einem... ...anderen Video machen. Ich will jetzt hier erstmal schnell rausgehen. Bevor das gleich wieder geschlossen wird. Wir haben eine schlechte Hand, haben Sie? Ah, egal. Schöne ihn für einen neuen mit mir. Ich habe viele Geld. So, wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst die Dorn nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ein schönes Wochenende noch. Einen schönen Samstagabend. Bis dahin. Ciao. Servus. Euer Danny Spieters.